Wir bringen in diesem Endkampf Anno Kofan. Und für diesen Kampf heißt es Rikwalt zur ersten Runde. Ja, unser erster Titelkampf der Boxingmasters hier in Riedberg. Es geht um den vakanten WBF-Halschwergewichtstitel zwischen Marco Knecht, die Rote Ecke. Ja, und auch wenn man ihn jetzt vielleicht nicht mehr gleich erkennt, aber er ist auch schon ein paar Jahre älter geworden, der Gegner aus der Blauen Ecke, Steven Küchler. Eine, ja, ich nehme es mir jetzt einfach mal raus, eine absolute Legende im Amateur-Box-Sport in Deutschland. Siebenfacher Chemie-Pokalsieger, zweifacher Militär-Weltmeister und, und, und. Ja, er stand auch für Universum-Box-Promotion. Im Ring leider gab es dann viele Verletzungen, die dazu führten, dass Küchler seine aktive Karriere beenden musste, bevor sie überhaupt im Profigeschäft richtig Anfahrt aufgenommen hat. Und, 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 und. Ja, der lauert da, dass die Küchler, da merkt man, dass der Mann auch trotz seiner 46 Länze das überhaupt nicht wirklich so verlernt hat. Klar, jetzt werden einige sagen, Mensch, der Kommentar übertreibt hier ein bisschen so mit diesen Lobes-Hymnen. Aber, wie gesagt, man sieht es noch auf, wie er agiert. Da ist einer, der wirklich einiges geleistet hat, im Boxsport. Allerdings war er in dieser ersten Runde etwas zu passiv. Ich denke, dass die so an, na, guck mal, ich gehen wird. Пancaß, ich denke, dass die so an, gucke immer. Ich denke, das, der wir machen, ich denke, das ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Knecht agiert hier deutlich aktiver. Küchler wie so ein Luchs. Ich versuche den in den Hand zu flächen. Dann steht er da und bietet natürlich nicht mehr auf ein gutes Ziel. Und jetzt trifft er gut zum Körper und wenn er dann zum Körper trifft, der Sieben Küchler, dann knallt das gut. Aber jetzt mal zack, ein Angriff. Da ist noch ganz schön. Ja, der Arno Prokant. One-Hill mag es nicht. One-Step-Back. Das ist das offizielle Vorgehen bei Break. Bei der Boxer. Automatische Einstieg zurück. Küchler hier mit einer sicheren Doppeldeckung. Da geht das Ganze auf die Deckung. Interessante zweite Runde. Hier, der Küchler, ein bisschen der Sendenkampf findet. Hier, der Küchler, ein bisschen der Sendenkampf findet. Runde drei in diesem Europa-Titelkampf. Na, guck nicht. Versus das Dickenküchler. So. Na, guck nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ah, da hatte Marco Mech Küchler gut abgefangen. Wer jetzt gedacht hatte, das wird ein netter Aufgelopp für Küchler. Weit gefehlt. Mech zeigt sich hier extrem gut vorbereitet. Steven Küchler nimmt dann noch die Hände so leicht auf den Rücken, also so viel Coolness noch mit 46. Respekt. Guter Körpertreffer von Küchler, sofort gekundert von Marco Knech. Boah, was für eine Linke von Knech. Aber egal was Knech hier auspackt, das hat so den Anschein, als wenn es Küchler nicht in die Brune interessieren würde. Vielen Dank. ... 7.035 zur 4. Runde. Zwei Runden haben wir noch im Programm hier. Mit diesen beiden Herren. Steven Küchler mit den schwarz-blauen Osen und der Kontrahenten Marko nicht. Rot-weißen Trunks. Man könnte ja so das Gefühl gewinnen. Und Küchler lauert hier praktisch nur auf seine Chance. Aber bisher gibt es keine Lücke preis. Das macht es Küchler extrem schwierig. Ja, Knecht bisher, wenn er, man ist immer der Erste mit einer Aktion, die er ins Ziel bringt. Küchler braucht da einen Ticken zu lang. Das sagt sich, wie gesagt, immer so einfach. Oh, der Upper Cut war da von Knecht. Aber Küchler geht es an der Linken, schön zum Körper. Oh, die Rechte. Die war da. Die war da von Knecht. Die letzten Sekunden in dieser vierten Runde und abermals stark, was Marco Knecht hier gezeigt hat. Ich denke, schon langsam wird es, also nach Punkten, bin ich mir relativ sicher, dürfte es Küchler nicht reichen, was der ehemalige Militärweltmeister braucht. Ganz klar, den wir brauchen. Ich denke, schon langsam wird es, also nach Punkten in dieser vierten Runde und abermals stark, der größte Runde. Und ringfrei zur fünften und letzten Runde. Die fünfte und letzte Runde im Europa-Titelkampf im Halbschwergewicht der World Boxing Foundation zwischen Marco Knecht und Steven Küchler. Diese äußerst vier interessante Runden, die beide hier gezeigt haben, mit Vorteilen für den Boxer in der roten Ecke. Schauen wir aber mal, wenn wirklich die Punktrichter das letzte Wort haben sollten. Die den Kampf selbst gewertet haben. Alle Arme haben sich für Steven Küchler. Ja, das kann man jetzt natürlich sehen, wie man Marco Knecht den Kopf höher nehmen könnte. Steven Küchler nimmt so eine Einladung natürlich an und legt sich dann auch drauf. Er zieht ihn auch jetzt ein bisschen runter. Freundschaftliche Worte von Arno Pogand, der beide natürlich zu Genüge kennt. Kein Wunder, wenn man dringend mit der Mälder in solchen Erfahrungen ist. Ja, also das macht Mech hier schon sehr, sehr souverän. Und mal schauen, wie die Werbung der Punktrichter aussehen wird. Aber ich denke, das sollte eigentlich schon eine klare Sache sein. haven't, wenn es das heißt, die Werbung der letzte anderen Seite hat. Barbara Berntz c Aa con。 Aber ich denke, dass die Pizze gelockt 포인 врустить wird, aber es ist weil die народ er dette, wat wider ihre Fähigkeiten haben. Ich denke, dass man das nicht ganzート derrière hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Marco Kneipp! Untertitelung des ZDF, 2020